Okay, ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. Jaap, ich gebe das Wort an Sie, damit Sie uns erzählen können, was Sie bezüglich Corbion und dem Projekt machen. Ja, gerne. Ich denke, wir sollten mit einem Haftungsausschluss anfangen. Wir brauchen einen, falls wir irgendwelche vertraulichen Informationen teilen. Ja, dabei sind wir sehr vorsichtig. Jaap wird Ihnen mehr über Corbion erzählen, insbesondere über das Projekt. Ich finde die Art und Weise, wie Corbion das Projekt angeht, die Schwerpunkte und so weiter sehr interessant. Ich werde ein wenig auf die User-Akzeptanz und den Verlauf in Bezug auf das Change-Management und die Anweisungen an die Mitarbeiter eingehen. Danach wird Jaap mit den Lessons learned weitermachen. Jaap, früher gab es ein Video zu dieser Folie. Dies hat jedoch nicht wie erwartet funktioniert, daher werden wir direkt mit der nächsten Folie beginnen. Dieses Video wird in der Präsentation, die Ihnen zugesandt wird, sichtbar sein. Gut, dieses Video ist definitiv einen Blick wert. Eine kurze Einführung. Mein Name ist Jaap. Henk war letzte Woche mit unserem IT-Experten Martin in Kontakt, was, glaube ich, für ein wenig Verwirrung gesorgt hat. Aber das macht ja nichts. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist der Bekanntheitsgrad von Corbion nicht sehr groß, aber wir arbeiten hart dran. Wenn wir uns vorstellen, stellen wir uns als Muttergesellschaft vor, aus der wir hervorgegangen sind, nämlich als CSM, ein Unternehmen mit einem größeren Bekanntheitsgrad. CSM besaß ein großes Portfolio, das aus jeglichen Arten von Unternehmen bestand. Im Jahr 2012 oder 2013 wurde CSM an einen Private Equity Investor verkauft. Und, um es jetzt ganz offen zu sagen, zwei Teile des Unternehmens blieben übrig. Purak, ein Hersteller von Milchsäure, und Caravan Ingredients, ein Hersteller von Lebensmittelzutaten. Im Jahr 2013 wurden diese zwei Unternehmen zu Corbion fusioniert. Unser Unternehmen ist also ziemlich außergewöhnlich. Es existiert erst seit sieben Jahren, aber einige Mitarbeiter sind schon seit 40 Jahren bei uns tätig. Weiter zur nächsten Folie. Wie sind wir derzeit organisiert? Wir haben drei verschiedene Geschäftsbereiche. Auf der linken Seite SFS, Sustainable Food Solutions. Der Schwerpunkt dieses Geschäftsbereichs liegt auf Backzutaten und der Herstellung von Produkten, mit deren Hilfe Lebensmittel wie Brot und Fleisch auf natürliche Weise länger frisch bleiben. Und unser Kernprodukt ist Milchsäure, die wir zur Herstellung dieser Lebensmittelzutaten verwenden. In der Mitte befindet sich der Geschäftsbereich LAS, Lactic Acid und Specialties. Das ist der Bereich, in dem die Milchsäure für einen anderen Zweck verwendet wird, und zwar in der Medizin, sowie für die Herstellung von Halbleitern. In letzter Zeit haben wir uns sehr bemüht, aus Milchsäure Polymere herzustellen, womit man biologisch abbaubaren Kunststoff herstellen kann. Dieser Geschäftsbereich hat auch ein Joint Venture mit einem französischen Unternehmen gegründet, mit dem wir eine Biokunststofffabrik in Thailand betreiben. Und kürzlich haben wir auch angekündigt, dass wir eine noch größere Biokunststofffabrik in Frankreich bauen werden. Auf der rechten Seite ist Incubator, ein jüngerer Bereich innerhalb von Corbion. Der Schwerpunkt dieses Geschäftsbereichs liegt auf der Produktion und dem Vertrieb von Algen und Omega-3-Fettsäuren. Unser Unternehmen hat Produktionsstätten weltweit. Auf dieser Folie ist die Anzahl der Mitarbeiter noch 2.000, aber mittlerweile haben wir 2.300 Mitarbeiter und einen Umsatz von einer Milliarde. Wir haben eine Menge Fabriken in Thailand, Brasilien, Europa sowie zehn Standorte in den USA. Der Hauptsitz befindet sich in Amsterdam und wir sind im AMX-Index gelistet. Weiter zur nächsten Folie. Ja, das Cube-Projekt, genau. Ähnlich wie andere Organisationen neigen wir dazu, jedem Projekt einen Namen zu geben, meist eine Abkürzung. Nun, in diesem Fall mussten wir eine Weile überlegen. Cube steht für Corbion United bei ERP. Einige Mitarbeiter scherzen darüber, dass wir daraus Cube United bei Excel machen sollen, aber wir versuchen das zu unterdrücken. Bei der Gründung von Corbion wurden verschiedene Geschäftsprozesse berücksichtigt. Wir mussten uns vom CRM lösen und unabhängig werden und dadurch gab es weniger Unterstützung von der großen Mutter. Schließlich entschieden wir uns, auf eine neue ERP-Plattform zu wechseln. Dies wurde beschlossen, da das Hauptziel von Corbion Wachstum ist. Und wir denken, dass eine neue ERP-Plattform dazu beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen. In der Mitte der Folie sehen Sie ein paar andere Gründe. Transparenz, Produktivität und Solidarität. Und ganz unten auf der Folie steht eigentlich ein negativer Grund für den Wechsel zu einer neuen ERP-Plattform. Die alte Plattform war wirklich veraltet und wir brauchten deshalb eine neue. Nächste Folie. Wir haben Ende 2017 mit dem Cube-Projekt begonnen. Wir haben eine Projektgruppe mit internen Projektleitern, Workstream-Leads, wie wir sie nennen, in fünf Workstreams eingerichtet. Demand to Supply, das umfasst alles, was mit dem Produktionsprozess zu tun hat. Maintain to Settle, das ist die Instandhaltung. Order to Cash, der Service, Source to Pay, die Einkaufsabteilung. Und Finance to Manage versteht sich ja von selbst. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde das Projekt Ende 2017 gestartet. Und wir haben es um einen Systemintegrator Capgemini erweitert. Und das Projektteam besteht jetzt aus insgesamt 50 Personen. Es gibt zwei beteiligte Workstreams, die auf dieser Folie nicht aufgelistet sind, die ich erwähnen möchte. Integration Management, ein separater Stream, um alles zu verbinden. Und der Stream, den ich selbst leite, Organisational Change Management, OCM, der von Anfang an Teil des Cube-Programms war. Das hier ist unsere Standardfolie, die wir in jeder Präsentation verwenden. Einige Mitarbeiter bei Corbion kennen diese Folie vielleicht schon auswendig, aber ich möchte sie trotzdem durchgehen. Was sind die Leitprinzipien des Cube-Programms? Standardisierung, was allerdings nicht bedeutet, dass das aktuelle System vorformatiert ist. Aber es gibt mehr Freiheit bei der Gestaltung. Wir werden den Übergang von SAP zu S4HANA machen. Es ist ein tolles Programm, aber es fordert Standardisierung. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Best Practice, manchmal denken wir, dass wir einzigartiger sind als der Rest der Welt. Und manchmal sind wir es auch, aber nicht immer. Schauen wir also erstmal, was in anderen Unternehmen umgesetzt wurde. Change Management, die Einführung einer neuen ERP-Plattform mit S4HANA, erfordert eine Änderung der Arbeitsweise. Und diese neuen Arbeitsweisen sind nicht so einfach. Und es handelt sich um ein geschäftsorientiertes Projekt, nicht um ein IT-Software-Projekt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine weitere Folie gibt. Ja, ich glaube, das ist die letzte. Wir verwenden eine schrittweise regionsgebundene Implementierung, um das Risiko innerhalb der Organisation zu minimieren. Es ist ein Jahr her, dass wir in Asien, also Thailand und Singapur, live gegangen sind. Im Moment arbeiten wir mit Hochdruck an der bevorstehenden Einführung in Europa. In Spanien, den Niederlanden und Teilen von Polen und Frankreich. Das ist für Anfang März nächsten Jahres geplant. Danach wird es ein Rollout an vier Standorten in Brasilien geben. Und schließlich werden wir ein Rollout in den USA an zehn Standorten von Küste zu Küste durchführen, was eine ziemliche Herausforderung ist. Das ist der High-Level-Prozess, bevor wir live gehen. Wir haben hier eine globale Vorlage herausgebracht oder zumindest haben wir sie entworfen. Wir nehmen diese globale Vorlage und beginnen mit der Arbeit in der obersten Zeile, also mit den Lokalisierungen. Die Techniker im Team kümmern sich darum. Die zweite Zeile umfasst die Vorbereitung auf das Go-Live. Das ist der Teil, für den ich zuständig bin. Wir gehen dabei folgendermaßen vor. Aber es gibt eine Zusammenarbeit zwischen dem Cube-Team und dem lokalen Team im Land des Go-Lives. Und eigentlich sage ich dem lokalen Manager immer, es ist mir egal, wer im Team ist. Das ist ihre Entscheidung. Es trägt auch zur Unterstützung bei, zu sagen, es ist das eigene Go-Live des Standorts. Wir erstellen einen Aktionsplan. Was muss vor dem Go-Live getan werden? Das üben wir auch und schließlich gehen wir live. Und ein großer Teil davon ist die Schulung. Wir bieten Schulungen für die sogenannten Key-User an. Diese Key-User werden bei der weiteren Einführung des Programms eine Rolle spielen. Und etwa zwei bis drei Wochen vor dem Go-Live ist es Zeit für die Endanwender-Schulung. Teil der weiteren Go-Live-Vorbereitungen ist eine Change-Impact-Analyse, die Veränderungsbereitschaft und die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen. Mit Hilfe von Umfragen ermitteln wir die wichtigsten Änderungen für jede Abteilung, die mit der Einführung der neuen SAP-Plattform verbunden ist. Dazu gehört eine Menge Kommunikation. Ich habe gelernt, dass man nie zu viel kommunizieren kann. Kurz gesagt, es ist ein umfangreiches Projekt. Dieses Bild zeigt den Prozess etwa sechs Monate vor dem Go-Live. In diesen Monaten beginnen wir mit der Arbeit daran für einen bestimmten Standort. Ich könnte stundenlang darüber reden, aber ich denke, das war's. Okay, ab hier übernehme ich. User-Akzeptanz. Bei der Beurteilung der Situation in Bezug auf dieses Projekt legte Corbion vor allem in der Vergangenheit nicht viel Wert auf Change-Management und User-Akzeptanz. Und weil dieses Projekt wirklich kritisch war, wurde entschieden, diese Aspekte mehr zu beachten, damit das Projekt erfolgreich ist. Denn schließlich wird es ein Erfolg, wenn die Anwender es akzeptieren. In dem Moment, in dem sich die Mitarbeiter querstellen, werden sie eine echte Herausforderung haben. Die User-Akzeptanz ist also wichtig. Die Technologie mag perfekt sein, aber die Mitarbeiter müssen sie auch akzeptieren. Wenn man sich jedoch die User-Akzeptanz in der Praxis ansieht, stellt man fest, dass bei vielen kritischen Migrationsprozessen wie diesem die Bedeutung des Change-Managements nicht genug betont wird. Wenn man sich die Prozentsätze ansieht, stellt man fest, dass 32% sich überhaupt nicht auf das Change-Management konzentrieren. Dies stellt ein enormes Risiko dar. Vielleicht liegt das daran, dass viele Unternehmen nicht wissen, was sie mit Change-Management anfangen sollen. Reicht es aus, den Key-Usern am Arbeitsplatz einige Grundlagen beizubringen? Oder muss man mehr tun? Und wenn es um eine Veränderung in Richtung Standardisierung geht, wissen sie bereits, dass es einen gewissen Widerstand geben wird. Change-Management ist also wirklich wichtig, auch wenn es manchmal schwierig sein mag. Wenn sie sich nicht darum kümmern, könnte das ein Risikofaktor sein, der beim Go-Live einen Rückschlag mit vielen Konsequenzen in Bezug auf Auftragsabwicklung, Anforderungen und so weiter verursacht. Und das wollen sie nicht. Möchte sich einer der Teilnehmer dazu äußern? Wie sehen Sie die Dringlichkeit der User-Akzeptanz? Glauben Sie, dass es wirklich einfach zu machen ist? Oder ist die User-Akzeptanz bei S4HANA tatsächlich ein ernstes Thema? Ich freue mich auf Ihre Kommentare dazu. Diese können Sie über das Feld Fragen und Anmerkungen stellen. Okay, wie ist es gelaufen? Als erstes hat Corbion Ende 2018 den Auswahlprozess gestartet, um einen geeigneten Partner zu finden. Eine Ausschreibung wurde durchgeführt und mehrere Unternehmen wurden zur Teilnahme eingeladen. Letztendlich wurde TTS als Partner ausgewählt. Ein paar Worte über TTS. TTS ist ein internationales Lernunternehmen. Wir sind mit rund 350 Mitarbeitern in Europa vertreten. TTS wurde in Deutschland gegründet und ist in den meisten westeuropäischen Ländern und in Amerika aktiv. Unser Schwerpunkt liegt auf Veränderungsprozessen in der IT-Branche. Eine von Corbions Hauptprioritäten bei dieser Entscheidung war es, einen Partner zu finden, der Sie nicht nur bei S4HANA, sondern bei der gesamten IT-Landschaft unterstützen kann. Denn natürlich ist dieses Projekt kurzfristig wichtig, aber es kommen noch mehr Dinge und Sie müssen auf dieselbe Art und Weise unterstützt werden, damit die Mitarbeiter diesen Support nutzen können. Darüber sind wir bei TTS natürlich sehr glücklich. Das Herzstück des Auswahlprozesses war es, den Ansatz und die entsprechenden Tools festzulegen. Nun, wenn es um Tools geht, hat TTS bereits eine Plattform. TT Performance Suite. Wie der Name schon sagt, geht es um Performance. Mit dieser Plattform können Sie ganz einfach Anleitungsmaterialien in verschiedenen Formaten erstellen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das war also das Erste, was wir einrichten mussten. Dann haben wir eine wirklich intensive Trainingsbedarfsanalyse für die Hauptprozesse durchgeführt. Ich werde Ihnen später einige Beispiele zeigen. Denn wir müssen wirklich wissen, welche Fragen sind jetzt kritisch und was sind die wichtigsten Änderungen, über die Mitarbeiter informiert werden müssen und zu denen sie geschult werden müssen. Wir haben also zusammen mit den Workstream-Leads wirklich hart daran gearbeitet, uns einen Überblick über das notwendige Wissen zu schaffen. Dann begannen wir mit der Entwicklung und typischerweise gab es bei den IT-Projekten immer ein erhebliches Kapazitätsproblem. Kann das Unternehmen die Kapazitäten bereitstellen, um diese Inhalte, dieses Lernmaterial tatsächlich zu erstellen? Corbion hat sich entschieden, diese Aufgabe extern in Auftrag zu geben und eine Co-Creation zu entwickeln. Denn ohne die Fachleute, ohne die Subject-Matter-Experts werden wir nicht erfolgreich sein. Sie haben das Wissen über die Prozesse, die Menschen und das System selbst. Wir wissen alles über den Lernprozess und wie man Inhalte greifbar machen kann. Wir haben verschiedene Formen der Unterweisung eingesetzt. Einerseits E-Learnings, vor allem zur Einführung und Erklärung von Prozessen. Andererseits Simulationen und textbasierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sich an dem Bildschirm, an dem die Mitarbeiter arbeiten und an ihre Rolle anpassen. Sie werden also entsprechend der Anwendung und der Rolle des Mitarbeiters bereitgestellt. Die E-Learnings sind also vor allem im Vorfeld sinnvoll, während die kurzen Simulationstrainings und Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der Praxis effektiv sind. Der Rollout wurde bereits international in verschiedenen Wellen angekündigt. Wir schließen jetzt die Vorbereitung für Welle 2 ab und werden sie dann auch an Corbion übergeben, da wir der Meinung sind, dass die Eigentümerschaft an einer solchen Lösung wirklich wichtig ist. Sie sollte in den Händen des Kunden und nicht des Lieferanten liegen, um später einen optimalen Einstieg in das System zu erreichen. Es ist keine einmalige Lösung für einen einzelnen Go-Live, sondern sollte eigentlich eine nachhaltige Lösung zur Unterstützung der Mitarbeiter sein. Ich weiß nicht, ob bereits Fragen oder Kommentare eingereicht wurden. Ja, wir haben tatsächlich einige Fragen erhalten. Wir können später auf Sie zurückkommen oder wollen wir Sie jetzt kurz beantworten? Eine davon ist, wie stellt Corbion sicher, dass es genügend Key-User gibt und geben wird? Und sagen Sie einfach, ob Sie diese Frage jetzt beantworten möchten. Ich denke, es ist besser, diese Frage am Ende zu beantworten, denn dann gehen wir auf die Lessons Learned ein und ich denke, diese Frage passt zu diesem Teil. Gut, dann machen wir also weiter. Also bei TTS gehen wir bei der Entwicklung einer Lern- und Support-Lösung strukturiert vor. Und wie ich bereits im Analyse-Teil erwähnt habe, bedeutet Conception folgendes. Wie werden wir es machen? Wie werden wir es umsetzen? Welche Formate werden wir verwenden? Das ermitteln wir und dann geht es an die Erstellung der Simulationen. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass bei den meisten unserer Kunden die Simulationen und Guides von den Subject-Matter-Experts selbst entwickelt wurden. Da die Erstellung der Inhalte im Grunde eine einmalige Best Practice ist und das Material automatisch erstellt wird. Aber natürlich sind dafür bestimmte Kenntnisse nötig und es nimmt immer etwas zusätzliche Zeit in Anspruch. Der Produktionsprozess wurde allerdings so einfach wie möglich gestaltet. Der nächste Schritt ist die Bereitstellung des Lernmaterials für die Anwender, was bei einem Learning Management System erfolgen könnte, wenn der Kunde bereits eins verwendet. Bei Corbion wird das Material bald in SuccessFactors sowie in Form von kontextsensitiven Hilfestellung innerhalb der Anwendung verfügbar sein. Auf den S4HANA-Bildschirmen ist eine kontextsensitive Hilfestellung verfügbar, wie wir später noch sehen werden. Durch diese kontextsensitive Unterstützung haben wir also im Grunde einen integrierten Anwender-Support im Arbeitsprozess zur Verfügung. Hier sehen wir einige Tabellen, die wir während der Trainingsbedarfsanalyse verwenden. Sie können sehen, dass wir die Aufgaben für jeden einzelnen Prozess unterteilt haben und geschaut haben, welche Arten von Materialien wir dafür benötigen. Dann haben wir mögliche Prioritäten sowie die verschiedenen Rollen innerhalb der Organisation damit verknüpft, um die Materialien später kontextsensitiv und passend zur Rolle des Mitarbeiters verfügbar zu machen. Wie Sie sich vorstellen können, kann derselbe Bildschirm von zwei Mitarbeitern mit unterschiedlichen Rollen anders interpretiert werden. Also haben wir das High-End E-Learning für die grundlegenden Prinzipien Prozesse und Konzepte erstellt. Und für die konkreten Prozesse haben wir die Simulationen ohne den ganzen Schnickschnack gemacht. Diese sind einfach zu erstellen und zu pflegen. Und schließlich haben wir für den eigentlichen Bedienteil oder sozusagen das Klicken auf verschiedenen Bildschirmen die Guides, also die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, erstellt. Wie sieht das aus? Wir haben dafür gesorgt, dass alles in der Corporate-Identity-Oberfläche von Corbion gut aussieht. Und so kamen die Materialien auch an. Das werden wir später noch genauer erläutern. Wir haben hier auch ein Bild aller Prozesse. Und wie Sie sehen können, wurden die verschiedenen Rollen den entsprechenden Schritten im Prozess zugeordnet. Und unter jedem Schritt steht die spezifische Anweisung. Innerhalb der Anwendung ist eine der Komponenten unserer Lösung der Quick Access. Der Quick Access erkennt den genauen Bildschirm, auf dem Sie gerade arbeiten und passt die Anweisung an diesen Bildschirm an. Das werde ich Ihnen später noch zeigen. Okay, da sind wir gerade. Ich verlasse jetzt erstmal die Präsentation. Ich werde Ihnen die Unterstützung in der Praxis zeigen, da jeder weiß, wie ein E-Learning aussieht. Das E-Learning werde ich später öffnen, aber die praktische Unterstützung ist im Moment das Wichtigste. Ich hatte ein Video aufgenommen, das später in die Präsentation eingefügt wird. Ich kann es Ihnen aber im Moment noch nicht zeigen, deshalb werde ich Ihnen eine Live-Präsentation geben. Ich habe zwar kein S4HANA, dafür aber SuccessFactors, da ich selbst SuccessFactors Nutzer bin. Hier sehen Sie meinen Bildschirm. Im Moment bin ich in PowerPoint und unten rechts sehen Sie eine Orange. Diese Orange ist das Symbol für den Quick Access. Naja, der Apfel war schon besetzt. Wenn ich auf die Orange klicke, erkennt sie, dass ich aktuell in PowerPoint arbeite. Und wenn ich jetzt zu Teams wechsle, erkennt sie sofort, dass ich mich in Teams befinde. Ich bin gerade in SuccessFactors. Ich melde mich ab und melde mich wieder an. Jetzt befinde ich mich auf dem Hauptbildschirm von SuccessFactors und werde jetzt den Quick Access aktivieren. Der Quick Access wird diesen Hauptbildschirm sofort erkennen. Hier drüben sehen Sie SuccessFactors und etwas dahinter, da habe ich eine Menge an Informationen. Aber nehmen wir mal an, ich muss einen neue Stelle, ein neues Stellenangebot ausschreiben. Diese soll in Recruiting platziert werden. Ich gehe jetzt auf Recruiting und öffne dieses Modul. und der Quick Access erkennt, dass ich mich im Prozess Job Requisitions befinde. An der Seite des Hauptbildschirms zeigt er die verfügbare Hilfestellung an. Zum Beispiel ist How to create a new job requisition eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Der Bildschirm ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Es gibt auch einen Abschnitt mit ausführlicheren Informationen, aber da ich jetzt in der Praxis arbeite, reicht vielleicht die Schritt-für-Schritt-Anleitung aus. Ich möchte ja meine Arbeit so schnell wie möglich fortsetzen. Aber diese detaillierten Anleitungen sind verfügbar, falls man mehr wissen möchte. Ich habe auch Zugang zu einer kurzen Simulation, dem E-Learning, das ich gerade erwähnt habe. Ich kann auch direkt auf den Prozess zugreifen oder mich mit dem Fachleiter oder einem Experten in Verbindung setzen. Es gibt also verschiedene Kategorien, die ich selbst anlegen kann und auf diese Weise kann ich während des Arbeitsprozesses ganz gezielt Unterstützung bereitstellen. Ich werde Ihnen mal zeigen, wie das aussieht. Zum Beispiel werden nach der Auswahl der Schritt-für-Schritt-Anleitung die verschiedenen Schritte auf der rechten Seite des Bildschirms aufgelistet. Ich habe bereits auf den Homebutton geklickt. Ich bin schon in Recruiting und befinde mich jetzt also bei Schritt 3. Ich muss also nicht alle Schritte durchgehen. Bei ähnlichen Tools müssen Sie alle Schritte durcharbeiten. Das ist bei unserem Tool nicht der Fall. Sie können sich den Schritt, bei dem Sie Hilfe benötigen, selbst aufarbeiten. aussuchen. Jetzt muss ich zum Beispiel Create New auswählen. Wo ist das überhaupt? Ich kann es nicht finden. Es gibt so viele Informationen auf dem Bildschirm. Wenn ich mit dem Mauszeiger über das Feld fahre, zeigt es mir genau an, wo ich das finde. Und der Vorteil ist, dass es keine Verbindung zwischen dem Quick Access und der Anwendung selbst gibt. Wenn sich also in der Anwendung etwas ändern würde, wäre der Quick Access davon nicht betroffen. Auch die Wartung ist recht unkompliziert. Ich kann einfach einen der Schritte ändern, ohne den Rest neu machen zu müssen. Auch der Erstellungsprozess ist sehr anwenderfreundlich. Wenn Sie alle erforderlichen Schritte in der Autorenumgebung ausführen, wird die Schritt-für-Schritt-Anleitung automatisch erstellt. Das gleiche gilt für die Dokumentation, die E-Learnings und die Simulation. Das macht es also einfach, das Material zu erstellen, aber auch zu pflegen. Denn wenn ich an einer Stelle etwas ändere, wird der Rest meines Materials automatisch aktualisiert. Okay, das ist also die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es gibt auch einige detailliertere Informationen. Hier drüben habe ich auch direkten Zugriff auf eine Anleitung. Ich muss nichts suchen, da es mit diesem Bildschirm synchronisiert ist. Ich habe es sehr schnell geöffnet. Im Grunde kann ich alle Anleitungen kontextsensitiv zur Verfügung stellen. Es geht also nicht immer darum, neues Material zu erstellen. Wenn es bereits Material gibt, kann ich es mit einem bestimmten Kontext verknüpfen. Die gleiche Anleitung ist auch als kurzes E-Learning verfügbar. Nehmen wir an, ich mache diese Aufgabe zum ersten Mal und bin etwas unsicher und möchte nicht auf dem echten Bildschirm arbeiten. Hier gibt es die Möglichkeit, das eigentliche Klicken zu machen. Wenn ich etwas falsch anklicke, wird mir gesagt, nein, Sie müssen hier klicken. Und ich kann den ganzen Prozess auf diese Weise durcharbeiten. Ich werde es jetzt nicht tun, ich wollte Ihnen nur eine ungefähre Vorstellung davon geben. Sie können es so gestalten, wie Sie wollen. Wenn ich Unterstützung von einem Experten brauche, muss ich nur auf diesen Link klicken und es wird sofort eine E-Mail erstellt. Sie könnten aber auch einen Teams-Anruf starten oder Skype verwenden oder welche Art von Kommunikationstool Sie auch immer haben. So versuchen wir, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Bei Corbion sind die meisten Elemente Guides, die einfach zu erstellen und zu pflegen sind. Die E-Learnings werden für die kritischeren Themen verwendet, bei denen wir wussten, dass es für die Mitarbeiter wichtig war, diese durchzugehen, bevor sie die Live-Anwendung benutzen. Okay, ich gehe zurück auf die Präsentation. Okay, zurück zur Präsentation. Okay, ich gehe zurück zur Präsentation. Bei Änderungen innerhalb der Anwendung wird hier eine Erinnerung angezeigt. Das haben wir bei Corbion nicht installiert, da sie noch nicht mit Windows 10 arbeiten. Nach dem Upgrade auf Windows 10 werden wir auch diese Funktion live stellen können. So können die Mitarbeiter im Falle einer kleinen Änderung, was bei der Arbeit in einer Cloud-Umgebung nicht so ungewöhnlich ist, eine Benachrichtigung über die Änderungen und Anweisungen dazu erhalten. Okay, jetzt kommen wir zu den Lessons learned. Ich denke, das ist wirklich wichtig. Ja, diese zwei Bilder wollte ich unbedingt mit Ihnen teilen. Also, Hank hat uns gerade das Quick-Access-Tool gezeigt. Das sind Fotos, die in Thailand gemacht wurden. Bei der Schulung gehen wir folgendermaßen vor. Wir beginnen mit der Schulung der Key-User. Diese Anwender können danach mit den Schulungsunterlagen arbeiten. Dann, zwei bis drei Wochen vor dem Go-Live, folgt eine Endanwenderschulung, die eine Woche dauert. Sie sollten dafür mindestens eine Woche einplanen. Allerdings hängen die Inhalte und die Dauer der Schulung von der entsprechenden Rolle ab. Das ist eine Voraussetzung für den Zugang zu SAP. Wenn Sie zum Beispiel ein Auto fahren wollen, brauchen Sie ja auch einen Führerschein. So sehen wir das auch. Man muss erst die Grundlagen beherrschen. Das heißt aber nicht, dass man alles innerhalb von nur einer Woche lernen muss. Das ist unmöglich. Und genau das war der Grund, warum wir uns für TTS entschieden haben. Unser Ziel war es, Schulungsmaterialien auf eine moderne Art und Weise mit E-Learnings anzubieten, damit die Leute sich die Inhalte in ihrer eigenen Zeit noch einmal anschauen können. Wir wollten in der Lage sein, eine Auffrischungsschulung zu einem anderen Zeitpunkt anzubieten. Das war neu für Corbion. Es klingt vielleicht etwas seltsam, aber Schulungen waren damals nicht so wichtig, vor allem in Bezug auf einen IT-Prozess. Höchstens gab es irgendwo auf SharePoint eine Anleitung, aber die musste man erst mal suchen. Das wollten wir unbedingt ändern, damit die Endanwender schnell mit den Materialien arbeiten können. Ich arbeite schon seit drei Jahren an diesem Projekt und bin bisher noch nicht auf einen richtigen Widerstand gegen Veränderung gestoßen. Was ich allerdings erlebt habe, ist die Unsicherheit bezüglich der Veränderung. Die Leute wollen einfach ihre Arbeit weiterhin gut machen und müssen ein sehr vertrautes System, mit dem sie schon seit einigen Jahren arbeiten, für etwas völlig Neues aufgeben. Und sie machen sich natürlich Sorgen deswegen. Sie denken, wird es gut laufen? Werde ich meinen Job weitermachen können? Nun, wir konnten einen Teil dieser Bedenken ausräumen, indem wir die Schulungsmaterialien zur Verfügung stellten. Das kam gut an, aber das, was den richtigen Wow-Effekt ausgelöst hat, war die Endanwenderschulung, also der Quick Access. Es ist faszinierend zu sehen, wie Leute zum ersten Mal an einem SAP-Bildschirm arbeiten und nicht weiterkommen. Natürlich bleiben sie stecken, denn es ist ja völlig neu, also macht das nichts. Sie drücken also die Hilfe-Taste, aber anstatt, dass sie ein 400-seitiges Handbuch erhalten, das sie durchgehen müssen, sagt ihnen der Quick Access direkt auf dem Bildschirm, an dem sie gerade arbeiten, so wie Hank es uns vorhin gezeigt hat, sie brauchen jetzt Hilfe, sie arbeiten gerade auf diesem Bildschirm, das sind ihre Berechtigungen, das könnten also die Informationen sein, nach denen sie suchen. Das hat uns wirklich geholfen. So sehr, dass der Quick Access die Orange zu einer Art Maskottchen wurde. Während des Go-Lives sahen wir die Orange auf Bannern und T-Shirts. Und Normsom, was glaube ich thailändisch für Orange ist, ist jetzt ein bekanntes Wort innerhalb unserer Organisation. Und jetzt die Lessons learned. Hank, ich denke, was in der Zusammenarbeit mit TTS besonders schön war und immer noch ist, ist, dass es wirklich eine Co-Makership ist. Natürlich gab es Zeiten, in denen wir nicht ganz einer Meinung waren oder nicht die gleichen Prioritäten hatten, aber man hat kurze und klare Kommunikationswege, was die Arbeit mit ihnen zu einem absoluten Vergnügen gemacht hat. Ein Tipp aus unserer Erfahrung, den ich denen mitgeben möchte, die mit diesem Prozess noch am Anfang stehen. Hank hat uns auch gerade von der Trainingsbedarfsanalyse erzählt. Seien Sie vorsichtig und nehmen Sie den Mund nicht zu voll. Am Anfang waren wir wirklich enthusiastisch und ein bisschen zu ehrgeizig. Wir wollten alles in die Schulung aufnehmen. Das führte zu einem Umfang, der viel zu groß war. Die Workstream-Leads wollten viele Dinge, waren aber nicht dabei, weil sie auch noch anderes zu tun hatten. Das war etwas, das wir einfach anpassen mussten. Letztendlich haben wir es aber geschafft. Aber wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich lieber klein anfangen und es wachsen lassen, anstatt das zu tun, was wir getan haben, nämlich zu groß anfangen und später anpassen. Das macht immer weniger Spaß. Die zweite Sache, die ich beobachtet habe, ist, dass andere Abteilungen innerhalb unserer Organisation, wie die Rechtsabteilung, meine eigene Personalabteilung und der Kundendienst ebenfalls von diesem unglaublichen System erfahren haben und es gleich benutzen wollten. Und das ist eine gute Sache, das wollen wir ja auch. Allerdings hatten wir im SAP-Projekt eine Deadline für die Endanwender. Deshalb habe ich mich damit nicht besonders beliebt gemacht, weil ich jedes Mal den Abteilungen sagen musste, ihr könnt mitmachen, aber nicht jetzt. Ich habe eine Deadline, ich muss sicherstellen, dass die Endanwender geschult sind. Erst danach lassen wir auch andere Abteilungen mitmachen. Nun, ich glaube nicht, dass wir das bis zum Go-Live in den USA aufschieben können. Irgendwo dazwischen werde ich wahrscheinlich diese Abteilung auch mit einbeziehen müssen. Aber auf jeden Fall zeigt das, wie begeistert die Mitarbeiter in anderen Abteilungen bei Corbion für dieses System waren. Wie ich schon gesagt habe, die Co-Makership mit TTS und die Flexibilität der TTS-Berater waren unvergleichbar. Ich glaube, ich habe Ihnen sogar gesagt, es ist in Ordnung, ein bisschen strenger mit uns zu sein. Es ist zwar eher typisch holländisch, sowas zu sagen, aber ich sage es trotzdem, die Investition in die Schulungsmaterialien ist erheblich. Aber in diesem Fall hat es die Akzeptanz bei den Endanwendern in der ersten Welle wirklich beschleunigt. Und ich kann jetzt schon sehen, dass es sich wirklich lohnt, weil wir bereits mit der Schulung der Key-User in Europa begonnen haben und es ist einfach eine sinnvolle Investition. Wie bereits erwähnt, wollten wir den Anwendern wirklich moderne Schulungsmaterialien zur Verfügung stellen. Wir beginnen mit einer Woche und in Europa müssen etwa 500 Endanwender geschult werden. Das wird also bis zu drei Wochen dauern, in denen wir mit einem Classroom-Training beginnen. Danach werden die Mitarbeiter eigenständig daran arbeiten, auch nach dem Go-Live. Und das Schöne an den Schulungsmaterialien ist, dass man beobachten kann, wie die Mitarbeiter sie nutzen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass eine Abteilung in Asien sehr viel Zeit mit dieser speziellen Transaktion für Schulungsmaterialien verbracht hat. So konnten wir die Teile bestimmen, für die wir eine Auffrischungsschulung brauchten und die Mitarbeiter diese Abteilung zusammenbringen, egal ob es sich um die Finanz- oder die Logistikabteilung handelte und ihnen sagen, wir gehen das jetzt noch einmal im Unterricht durch. Das funktioniert wunderbar. Also, was sind die nächsten Schritte, an denen ich gerade arbeite? Henk hat das bereits erwähnt, das finde ich an TTS besonders gut. Ab einem bestimmten Punkt übergeben sie uns das Projekt und wir müssen dann auf eigenen Füßen stehen, auch was die Entwicklung der Materialien angeht. Das muss ich noch bedenken. Wie soll man das machen und wo soll man es positionieren? Soll es in die IT-Abteilung, in der Personalabteilung oder vielleicht in einer eigenen Schulungsabteilung untergebracht werden? Darüber diskutieren wir gerade. Wie organisieren wir die Governance? Jeder will in der ersten Reihe sitzen, aber das geht nicht, weil wir dann den zentralen Ansatz vermissen würden. Wir haben begonnen, ein LMS-System in unserem SuccessFactors zu integrieren. Damit würde ich gerne eine Verbindung herstellen und wie gesagt, die weitere Verbindung mit anderen Abteilungen innerhalb von Corbion. Und eine davon hat bereits begonnen. Richtig, Henk? Ja. Sagen wir einfach, dass wir die anderen Abteilungen dort nicht außen vor lassen konnten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rechtsabteilung und wahrscheinlich auch die Personalabteilung es kaum erwarten können, damit anzufangen, Schulungsmaterialien innerhalb von Corbion auf eine schöne und moderne Art und Weise zu präsentieren. und Weise zu präsentieren. Untertitelung des ZDF, 2020